Eins von Johannes, eins von Ralf. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr schon so emotional wie ich? So willst du jetzt anfangen? Das gibt's doch gar nicht. Herzlich willkommen zum letzten Tanz des Jahres 2023. Der letzte Talk-Ranade-Talk bei Fronius. Also ich bin emotional. Ich weiß gar nicht, was ich den nächsten Montage so machen soll bis Februar, März. Keine Ahnung. Also mir fällt das ein. Ich muss dir sagen, der Weihnachtsmarkt geht schon hoch und runter die Tage. Aber der ist im Januar auch wieder vorbei. Ja, aber da fällt uns auch wieder was ein. Aber so ein bisschen emotional ist man ja schon. Ich muss ja mal wieder gucken, meine Frau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Vielleicht mach ich das im Januar. Ich freu dich auf die Weihnachtsfeier. Ja, wir sind hier zusammengekommen, um das letzte Mal, wie gesagt, in diesem Jahr zu reden. Wir machen es ein bisschen anders diesmal, weil wir haben am Wochenende keinen Fußball erleben dürfen leider. Deswegen blicken wir mal so ein bisschen auf das ganze Jahr 2023, was uns so eingefallen ist, was wir so gesehen haben, was uns im Hinterkopf vor allem geblieben ist. Da gibt es so ein paar Sachen. Und ich glaube, wir können auch den Talk so ein bisschen zum Mitmachtalk machen. Weil wir haben jetzt hier so in den nächsten Minuten schildern wir so ein bisschen unsere Meinung. Aber ich glaube, ihr da draußen habt eine ganz andere Meinung. Und die könnt ihr gerne auf Facebook und auf YouTube gerne in den Kommentaren wiedergeben. Da freuen wir uns drauf. Ja, und wir fangen einfach mal an mit der ersten Kategorie. Und das ist die Mannschaft des Jahres. Ja, Ralf, dein Wort bitte. Ganz einen Schwung habe ich da. Also würde ich echt oben anfangen und würde die SG Barockstadt nennen. Also an dritter Stelle. Weil ich einfach sage, nach dem Aufstieg der Klassenerhalt und jetzt den nächsten Step gemacht, finde ich, das ist ein super Schritt, wenn im nächsten Jahr der nächste kommt. Finde ich schon. Da bin ich gespannt. Und die Mannschaft des Jahres, rein sportlich gesehen, muss die SG Barzonen 2 sein. Muss die SG Barzonen 2 sein. Also die haben wirklich im ganzen Jahr 2023 drei Spiele verloren. Sind ohne Niederlage Meister geworden der KOL Süd. Führen die Gruppenliga an. Und haben in 2023 wie viele Tore geschossen? 112. 138. 163 Tore. In 2023. Also das muss eigentlich rein sportlich, das muss die Mannschaft des Jahres sein. Und den hast du auf Platz 2? Weil du hast jetzt eben gesagt, Barockstadt auf Platz 3. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil das eine ist natürlich ein bisschen hochwertiger von der Liga. Also von daher, vielleicht ist das auch die Überraschung des Jahres, ist für mich Eiterfeld-Leinbach. Und zwar die Mannschaft in dieser Saison. Dass die Meister wurden in der Gruppenliga, haben wir eigentlich alle mit gerechnet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, das ist der Absteiger Nummer eins. Das gebe ich ehrlich zu. Und das erste Spiel gegen Eigenzell hat uns ja bestätigt. Das 0-3, die Heimniederlage. Und der erste Gedanke war, nachdem ich das Ergebnis gehört habe, okay, das muss der Eigenzell gewinnen. Und jetzt sind wir eines deutlich Besseren belehrt worden. Also das ist so die Mannschaft des Jahres und vielleicht auch eine der Überraschungen des Jahres. Und das war auch einer der Streitpunkte des Jahres, weil der Torkart hatte. Absolut. Weil nach der ersten Saison-Niederlage wurde da Eiterfeld von dem einen oder anderen Kollegen abgeschrieben. Und ich habe Eisern dagegen gehalten und habe gesagt, nein, die Mannschaft wird auf keinen Fall was mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich gebe dir total recht. Für mich ist Eiterfeld auch absolut, also nach einem Aufstieg so zu performen, dann eine Liga höher. Das ist ja wie bei Hünfeld auch fantastisch im Endeffekt, wie die in der Hessenliga jetzt performt haben. Hätten sie sich jetzt nicht die kleine Durststrecke mal mit vier Niederlagen am Stück geleistet. Die würden ja auch im Regionalliga-Aufstieg mitspielen, zwangsläufig. Trotzdem ist das auch eine Mannschaft des Jahres überhaupt nicht drüber. Absolut, weil diese Meisterschaft, wie sie die eingefahren haben letztes Jahr in der Rückrunde, man darf ja nicht vergessen, die haben ja in der Vorrunde teilweise auf Platz 8 gestanden in der Verbandsliga-Saison, wurden dann super souverän am Ende Meister. Also auch eine der Mannschaften des Jahres, Borussia Fulda kann man nennen, die eben auch als Aufsteiger in der Liga höher super performen. Leicht für mich auch Margot Karamadlsch, einer der Trainer des Jahres. Gibt es die Kategorie? Ja, ähnlich. Okay, aber da muss ich auch, das ist ein sehr wissbegieriger, junger Trainer, der sich total orientiert viel aufsaugt. Und das ist ja auch keine leichte Geschichte da unten an der Johannes Au, dort auch dann wirklich die Mannschaft zum Erfolg zu führen, weil du dieses Gefälle hast, auch einfach zwischen so altgedienten Fußballern, die vielleicht nicht mehr so ganz viel Lust auf Training haben, für die aber dann andere ein bisschen mehr mitlaufen müssen, sonders am Platz. Also ich glaube, da hat Marco auch einen Bärenanteil. Mach nicht zu viel Borussia, ich schwöre dir, es kommt noch was. Aber ich habe auch noch eine Mannschaft der Saison bis jetzt. Ich blicke mal ein bisschen auf die Saison. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ich bleib dir nichts mehr mit. VfL Auderbach. Stimmt, hast recht. Warum? Also ich glaube, haben wir, ich weiß nicht, seit 2019, haben wir da mal einen Bericht zusammengefasst, der irgendwie mal in der Kategorie war, dass die vielleicht Dritter sind oder sowas. Also ich kann mich an nicht viel erinnern, es ging ja wirklich immer nur bergab. Wir haben ja heute nochmal einen Bericht gemacht, Tino, da hieß es auch drin, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich der Fußball in Auderbach auch am Ende. Da hatte Corona was Gutes und jetzt sind sie, wie gesagt, am dritten oder vierten Platz in der A-Liga. Das ist für mich deswegen in der bisherigen Saison auf jeden Fall das dickste Ausflugbezeichen. Gehört absolut dazu. Gehört absolut dazu. Hast du völlig recht, Junge. Habe ich noch einen ausgekramt, oder? Du hast aber noch was für uns. Ich hätte auch mit einem Platz oben zwei gedacht. Und da entschuldige ich mich vielmals, Tuna, weil das ist wirklich eine riesen Leistung. Das ist irre. Ja. Das ist echt irre. Tuna, du kannst in den Kommentaren schreiben, ob du die Entschuldigung annimmst. Geh mal weiter. Ich würde sagen, wir blicken direkt vielleicht zur Enttäuschung oder zur enttäuschendsten Mannschaft des Jahres. Kann man das so sagen, nachdem wir gerade die Beste hatten? Wie fällt dir da so auf die Schnelle ein? Wow. Hilf mir. Hilf mir. Das ist ja eine subjektive Meinung. Aber ich hätte zum Beispiel zwei Mannschaften, die mir da in den Kopf geschossen sind. Das ist einmal Kertzell und zum anderen Bachrein. Weil es für mich beides am Saisonstart zumindest Mannschaften waren, die ich im oberen Drittel in ihren Ligen zusammen oder hingestellt hätte. Wenn wir jetzt bei Kertzell einfach mal schauen, wenn du drei Jungs aus der Verbandsliga von Fliedenholz mit Kress, Röhrig und Götze, habe ich gedacht, okay, die werden den Schritt auf jeden Fall ins obere Drittel gehen und werden dann sich dauer etablieren. Und ich glaube, das komplette Gegenteil ist einfach eingetroffen. Es geht ja wirklich gar nichts. Und ähnlich sieht es ja dann bei Bachrein einfach aus. Ich meine, da spricht er dann schon dafür, dass du einen Trainerwechsel vornimmst oder dass Patrick Glaser selber sagt, es reicht. Du hast auch Oberliga erfahrene Kicker da drin und kriegst es irgendwie nicht hin. Also ich empfinde Bachrein als schlimmer als Kertzell, weil ich einfach behaupte, Kertzell hat letztes Jahr so ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite gehabt und dieses Jahr das Spielglück überhaupt nicht auf seiner Seite. Ich glaube, das sind immer enge Spiele. Und ich glaube, ziehen wir mal letztes Jahr fünf Punkte ab und nehmen wir dieses Jahr fünf Punkte dazu und da kommen wir so langsam wieder in die Richtung. Und enttäuschend wäre es, wenn Kertzell am Ende da steht, wo sie jetzt stehen. Aber ich glaube, dass da noch was geht. Da muss ich jetzt mal Marc Röhrig, Christian Kress so ein bisschen den Schutz nehmen. Aber ja, den Ansatz verstehe ich doch. Fällt dir noch einer spontan? Oh, ganz spontan. Ich habe jetzt gerade mal bei uns oben in der Hühnfelder Region gesucht. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. So eine richtige Enttäuschung des Jahres. Klar, Steinbach steht am irgendwie vorletzten Platz. Dafür war aber die Hinrunde überragend. Also die Hinrunde, sondern die erste Hälfte des Jahres. Aber mit den Mitteln, die am Mühlengrund zur Verfügung stehen, ist ja auch offensichtlich. Es kann nicht immer nur auf hessendiger Ebene in dem Stile funktionieren. Und dann irgendwann... Das sehe ich auch nicht als die krasse Enttäuschung. Absolut nicht. Ich wollte es jetzt nur mal relativieren, weil dann natürlich viele sagen, okay, die sind ja fast abgestiegen schon. Und da sind sie noch lange nicht. Nein, absolut nicht. Machen wir einen Strich unter das Sportliche, zumindest was Enttäuschung angeht. Lass mal so ein paar Anekdoten vielleicht rausholen. Die Kuriositäten des Jahres, der Saison. Salf? Salf? Das war schon sehr kurios. Extrem kurios für dich. Ohne Julian Ankert wollen wir an der Stelle nochmal... Kommt noch dazu, genau. Kommt noch dazu. Da haben wir noch auf der Bank gesessen. Den brauchen wir für solche Spiele. Unglaublich, oder? Sehr kurios fand ich KOL Mitte, die Geschichte Dipperts-Dierlos gegen Hofbiber. Derby, innerhalb von einer Woche hin und Rückspiel. Und ich habe das Hinspiel gesehen, das 4-1 für Dipperts. Das war richtig starke Leistung von Dipperts-Dierlos. Und da hat Hofbiber richtig eins auf die Mütze gekriegt. Und eine Woche später das Rückspiel. Und da habe ich gesagt, da muss ich jetzt nochmal hin. Das war eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich hat man was ganz anderes eingeteilt. Da muss ich nochmal hin. Und dann geht das Rückspiel 7-0 für Hofbiber aus. Das fand ich schon sehr kurios. Also überhaupt die Konstellation innerhalb von einer Woche hin und Rückspiel. Und dann die zwei Ergebnisse. Ja, das fand ich sehr kurios. Da bin ich voll bei dir. Allein, dass das Hin- und Rückspiel schon direkt in einer Woche nacheinander stattfindet. Und mir fällt noch was ein. Nur eine Kuriosität. Und die ist so kurios, die stammt aus nur 0-0. Und zwar habe ich in der Gruppenliga das Spiel geguckt. Luther gegen Hosenfeld. Beide tief im Schlamassel. Und beide müssen gewinnen. Und gerade für Hosenfeld war es eigentlich die letzte Chance, nochmal ranzukommen mit einem Sieg. Ah, ich weiß. Und die standen. Die standen. Bis zur letzten Sekunde standen die nur hinten drin. Also Luther hat aufgemacht bis zum Gegner. Die haben versucht, das Tor zu schießen. Und Hosenfeld hat überhaupt nicht versucht, ein Tor zu schießen. Und dann habe ich nachher mit dem Trainer gesprochen. Thorsten Weber war das damals noch. Und ich habe es mir mal rausgeschrieben. Ähm. Warum soll ich gegen Ende das Risiko erhöhen? Ähm. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Ja. Die waren damals personell schlecht besetzt. Aber erklär mir. Bis heute habe ich dieses. Warum soll ich das Risiko erhöhen? Äh. Ähm. Ja. Vielleicht um. Könnt ihr mir eine Antwort geben? Nein. Vielleicht um die Liga zu halten. Genau. Das war wirklich. Ich glaube, das war die kurioseste Aussage des Jahres. Thorsten Weber. Irgendwann treffen wir uns mal auf einen Kaffee irgendwo. Und dann erklärst du es mir bitte. Also ich habe es bis heute nicht verstanden. Bis heute nicht. Also das war wirklich sehr kurios. Deine Kuriosität des Jahres? Ähm. Ja. Ich habe so einen Hinweis in eigener Sache. Ich glaube, wir haben einen relativ spaßigen Instagram-Account. Da gibt es einige Kuriositäten des Jahres. Und ähm. Da gibt es auch immer wieder schöne Videos. Und teilweise schöne Zitate. Ähm. Die man da auch mal nachlesen kann. Und sich anschauen kann. Ähm. Natürlich bleibt mir da in Erinnerung einmal. Das ist das erste Spiel einer Frau im Kreis Fulda. Die da mitgespielt hat. Absolut. Und da gab es ja eine ganz amüsante Szene, will ich mal sagen. Ja. Der Ball ging dann so in die besten Teile. Genau. Ding Dong. Ähm. Ja. Da kann ich dir keine kleine Geschichte dazu erzählen. Da habe ich ja den David Altheiter noch kurzfristig hingeschickt. Und ähm. Dann schrieb er mir so nach 20 Minuten. Er schrieb, es ist noch eine Kamera da. Und das hatte schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und dann schrieb er mir so nach 20 Minuten. Also die Szene des Tages habe ich schon. Voll in die Eier. Und das hat... Genau. Aber es hat auch jeder mit Humor genommen. Absolut. Auch der Geschädigte. Von daher. Das war schon top. Und dann haben wir noch so ein tolles, billiger Tor gehabt vom Torwart aus. Über 60 Metern. Pelle Messer. Genau. Kurzes Radespiel. Was meint ihr? Wie viele Aufrufe hat es auf Instagram? Boah. 80.000. Knapp daneben? Erhöht? Erhöhst du oder gehst du dich um? 80.001. Na. Auch noch weiter daneben. Also 373.000 waren es am Montag. Ich war näher dran. Ich war näher dran. Ich glaube das ist eine unfassbare Zahl. Also 360.000 Leute, die das irgendwie gesehen haben, das ist schon Chapeau. Ja. Ja. Wir haben viele kugnose Tore. Du hast zweimal Samuel Zappico filmen dürfen. Oder zumindest schneiden dürfen. Schneiden dürfen, ja. Innerhalb von einer Woche zweimal quasi von 50 Metern eingefressen. Aber das kommt ja immer mehr vor im Fußball. Weil eben offensiv verteidigt wird. Also ich glaube er hat diese bundesweite Aufmerksamkeit bekommen, weil es halt innerhalb von einer Woche war. Ja. Absolut. Das ging dann ja in die Millionenhöhen. Das hat glaube ich Zeigler das damals aufgenommen. Schöne Grüße nach Bremen. Ahnt. Ja. Also da haben wir schon. Wir haben glaube ich auch einen guten Schritt bei Instagram gemacht und auch allen möglichen anderen Medien. Ja. Das hat riesen Spaß gemacht. Auch mit euch dieses Jahr. Kann man mal an der Stelle einfach sagen. Ich glaube wir sind auch gewachsen von der Torkanade. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Absolut. Absolut. Blick mal in die nächste Kategorie. Erkenntnisse des Jahres. Ralf Wieler, darfst du den Startschuss geben. Also eine der Erkenntnisse des Jahres ist, wie groß der Unterschied zwischen A-Liga und KOL sein muss. Wenn ich gucke, wie Wadenberg und Ford abgeschlagen sind. Wenn ich gucke, wie lang Schmalnau gebraucht hat, um ein bisschen da rein zu kommen. Wenn ich gucke, dass Michels Rombach noch unten drin steht, dann sehe ich einen Klassenunterschied wirklich drin. Also anscheinend ist das wirklich ein riesen Sprung. Wobei natürlich völlig dagegen spricht und damit kommen wir wieder zu Borussia. Das ist die Ausnahme. Die sind als Aufsteiger auf zwei hochgesprungen oder spielen oben mit. Aber ansonsten scheint das wirklich nicht. Aber Welgers spielt auch eine gute. Welgers spielt in der Mitte. Die hatten einen super Start. Jetzt relativiert sich das auch so ein bisschen. Rommotz steht mittendrin. Ich behaupte ja, dass diese A-Liga Lauterbach dann tatsächlich so hart abfällt von dem Niveau zu den anderen A-Ligen, dass das Wadenberg und Ford zumindest erklärt. Schmalnau hat sich gefangen. Hat sich gefangen, ja. Und werden meines Erachtens auch nicht absteigen. Aber dieser A-Liga Lauterbach. Ich habe letztes Jahr einige Spiele dort gesehen. Also dieses Jahr gegen Ende der letzten Saison. Und wo ich dann auch das entscheidende Spiel gesehen habe um den Aufstieg. Schlitzerland 2 gegen Wadenberg. 0-0. Und da habe ich gedacht, puh, also wenn jetzt die TSG hinfahren würde, also mein Heimatverein Magenzell. Und die würden 7 von 10 Spielen gegen die beiden Mannschaften definitiv gewinnen. Und Magenzell war irgendwie 12 Stunden A-Liga Hünfeld. Also ich glaube dieser A-Liga Lauterbach ist einfach vom Niveau her, es ist ein anderes Niveau dort und die fallen einfach ein bisschen ab zu den anderen Ligen. Glaube ich. Aber... Trotzdem ist ein Unterschied da. Das fand ich schon so eine Erkenntnis. Geringer sieht es ja anscheinend von Krummliga zu Verbandsliga aus, wenn wir jetzt mal Wolfhagen und Eiderfeld als Beispiel nehmen. Absolut. Und den reichen Sachsen. Achso. Ach ja. Ich bin ja nicht mehr mit. Vielleicht eine Enttäuschung des Jahres. Das weiß ich nicht. Ich werde auch dazu ganz sicher, also ich finde es beschämend nach wie vor für Verbandsliga Verhältnisse nach drei Spielen zurückzuziehen. Ja, aber aus der Verbandsliga fällt mir auch noch eine Erkenntnis ein. Man muss in der Hinrunde kein einziges Spiel gewinnen und darf 15 von 17 verlieren und hat trotzdem für die Restrunde noch alle Chancen drin zu bleiben. Es ist für Sand. Ja, klar. Man muss nur beten und hoffen, dass Steinbach und Weidenhausen nicht absteigen. Ja. Und dann sind sechs Punkte auf Willingen und auf die Relegation. Also auch das ist eine Erkenntnis. Du musst, kannst die Hinrunde eigentlich komplett verlieren und bist noch im Rennen so ein bisschen. Absolut. Die haben ja nur diese drei Punkte reichen Sachsen geschenklich. Also ich will behaupten, wir sind ja mittlerweile in Zeiten angekommen, wo es wieder zahlreiche Spielgemeinschaften geben wird im Sommer. Und ich glaube, dieses Jahr wird es wieder irgendeine Mannschaft die Liga halten, die unter fünf Punkten. Wahrscheinlich ist das so. Unter fünf Punkten lege ich mich jetzt einfach mal fest an der Stelle. und die ohne Relegation einfach die Liga hält. Glaube ich. Ja. Definitiv. Es wird so sein. Es wird so sein. Irgendwas passiert noch im Endeffekt. Wir haben noch eine gute Rückrunde. Ja. Absolut. Wollen wir weiter gucken wieder? Ja klar. Vielleicht das Spiel des Jahres für euch? Soll ich sagen? Fang du an. Fang du mal an. Du hast immer so schön gestartet bis jetzt deswegen. Der hat sich auch viel mehr vorbereitet. Guck mal. Der hat hier drei Zettel und einen Taschentuch. Das stimmt. Und ich habe nur einen Taschentuch. Tobi hat einen Zettel. Das müsst ihr euch mal angucken. Das kann kein... Für was hast du überhaupt einen Zettel? Ich habe doch eine Brille auf. Ja. 2. In der Hessenliga. Das hätte auch 12. 4 ausgehen können. Aber... Oder 11.6. Oder unter Flockenberg. Ne. Ne. 6 Torschüsse hat aber viel geschickt. Okay. Aber Hünfeld hatte 25 Torschancen in dem Spiel. Okay. mich total beeindruckt hat. Weil es so in diesen Herbst von Hünfeld reingepasst hat. Mit wirklich teilweise grandiosen Fußballspielen. Und das muss ich sagen. Das hat mir halt unfassbar gefallen. Dass Hünfeld einfach diesen Mut hatte. In der Hessenliga als Aufsteiger quasi genauso vorne zu pressen. Drauf zu gehen. Wirklich mit Offensivfußball versuchen die Spiele zu gewinnen. Und sich nicht irgendwie zu verstecken. Wie Dortmund gestern zum Beispiel. Kleiner Seitenwink oder? Ja genau. Kleiner Seitenwink. Genau. Und dann so bitter enttäuscht, dass da eine Mannschaft einfach nicht mitmacht. Aber wie gesagt. Hünfeld mit diesem Fußball nach vorne. Das hat mich so begeistert. Wirklich. Über viele viele Spiele. Und das war natürlich die absolute Ausnahme. Nach oben nochmal eine Ausnahme. Und mit Cemal Kassa. Mit Marcel Tregler. Maxi Fröhlich. Carlo Widowitsch. Das ist natürlich auch eine Offensive. Jetzt kommt der Carlo ins Rennen. Da werden vier Spieler am Ende der Saison mehr als zehn Tore haben. Zweistellig getroffen haben. Deutlich zweistellig getroffen haben. Und das beim HSV. Also ich glaube. In der Hessenliga. Da waren sie froh, wenn mal einer die zehn überschritten hatte. Nie dafür bekannt gewesen, dass sie vorne Tore schießen. Und also. Die haben wirklich viele Fanherzen gewonnen in der Hinrunde. Das hat schon echt begeistert. Das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Ich bin ja oft dort. Ein Chefführer des Hauses, Walder Lorz. Der ist zum HSV-Fan geworden in der Vorrunde. Der war sonst ganz oft an Sportplätzen hier in Fulda unterwegs. Und plötzlich wollte er nur noch nach Hünfeld. Mittlerweile kommt er mit Schal. Ja wirklich. Also. Das. Die haben Fans gewonnen. Also auch. Auch. Neutrale. Die sagen. Boah. Das ist einfach. Das macht Spaß. Und das ist immer das Wichtige. Und wenn es dann mal ein 3-5 gibt. Ja. Dann ist es halt so. Aber am Ende hältst du damit. Aber trotzdem Unterhaltung. Ja. Damit lockst du die neutralen Besucher einfach an. Ja. Ich finde es gab eine ganze Reihe Spiele. Wo ich vor Ort sein durfte. Die ich mir angucken konnte. Ich denke da an Bronzel gegen Bad Soden. Das 5-0. Ne. In der Vorsaison. Man darf ja auch nicht vergessen. Bronzel war Vizemeister. Das geht ja mittlerweile auch schon wieder unter. Ne. Weil sie irgendwo im Mittelfeld stehen. Das 5-0 ganz sicher. Immer im Gedächtnis bleiben wird definitiv Thalerhof-Bieber. Letzter Spieltag Gruppenliga. Wo wirklich alles drin war. Wo 6-7 Mannschaften absteigen können. Und du hast dieses Finale Thalerhof-Bieber. Was überhaupt kein gutes Spiel war. Was wirklich klingt. Aber diese Spannung. Dieses Knistern. War Hammer echt. Also ich saß da ja am Bornheimer Hang. Beim Bitburger Hessen Pokalfinale. Weil ich dort den Torschützen des Jahres. Ehrensolde. Der dann leider nicht da war. Torschützenkönig. Kuriosität des Jahres. Kuriosität des Jahres. Torschützenkönig. Und ich hatte vorher. Ich war aber damit beauftragt. Quasi den schnellen Artikel zu machen. In welcher Konstellation. Also was jetzt tatsächlich passiert ist. In der Gruppenliga. Und ich hatte wirklich. Drei DIN A4 Zettel. Voll. Vorgeschrieben. Mit den möglichen Konstellationen. Weil da war ja wirklich alles. Alles. Mit den direkten Begleichen und und so. Ja. Ich habe direkte Vergleiche. Ich glaube einen ganzen Nachmittag habe ich direkte Vergleiche gerechnet. Und am Ende war es ganz leicht. Du musstest nur die Ergebnisse eintragen auf die Tabelle drücken. Und da war es ausgespuckt. Ja. So können wir ja nicht arbeiten. So können wir nicht arbeiten. So. Und der Artikel musste ja irgendwie eine Minute nach Abschluss online sein. Das war für mich auch. Also ich saß auf der Tribüne. Pressebereich. Und dann kam Matthias Gast vorbei. Pressesprecher HAV. Und dann kam der Petro um die Ecke. Petro Arcebes. Der hat das Spiel geschrieben für uns. Der hat sich dann neben mich gesetzt. Und der war völlig fasziniert wie ich da. Weil der Petro nicht der Allerschnellste ist. Sondern eher ne. Genauigkeit vor Schnelligkeit. Und das war schon ein Gruppenliga-Finale. Das wird man nicht vergessen. Was ich auch mit nennen muss, waren die Stimmung und die Fans. Ich war jetzt nicht bei dem Finale. Horas gegen Sickles. Genau. Das war natürlich ein Megaspiel. 1800 Zuschauer da auf dem Platz vom FT. Aber ich war quasi beim Halbfinale von Sickles in Bebra das Hinspiel. Und das bleibt mit Sicherheit auch in Erinnerung, weil so viele Sickleser Zuschauer alle einheitlich ganz richtige Fankurve gewesen. Das war mit Sicherheit. Gehört das auch dazu? Absolut. Aber das Spiel des Jahres bleibt. Und dann sind wir zum dritten Mal bei dem Thema. Germania gegen Borussia. Da bleibe ich bei. Diese Konstellation am vorletzten Spieltag. Und die Bude voll oben am Galassini-Ring. Endlich mal wieder die Bude voll. Ich bin das ja gewohnt gewesen von früher. Ihr seid ja alle noch junge Spritzer. Aber ich kenne ja den Galassini-Ring, wenn da was los war in der Verbandsliga. Viertel-Liga damals noch. Und für mich war es was ganz Besonderes. Für mich auch. Ich durfte es erst mal Kamara-Kind spielen. Das stimmt. Weil wir hatten so wirklich technische Probleme. Da ist aber auch irgendwas passiert. Und was war da genau? Es hat nichts mehr geladen. Das MacBook hat gesponnen. Die Akkus haben gesponnen. Es ist alles ausgefallen. Und dadurch kam ich später. Johannes hatte Anfang gefilmt. Und hei, der Witzker. Irgendwie ein Ding haben wir verpasst. Irgendwie ein Tor von der Mittellinie. Was zum Glück nicht gezählt hat. Genau. So was stimmt. Ja, der super war. Der war oben auf dem Tornetz. Und wir haben es jetzt gefilmt. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob du es jetzt gefilmt oder ich nicht. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall. Also ich musste erst mal so die Kamera führen. Hab so gedacht. Boah, scheiße. Ich war privat. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Und immer den Fokus zu halten. Das wird für junge Leute glaube ich immer schwieriger. Die dann immer sich von allem ablenken lassen. Selbst ich hatte da schon meine Probleme. Wirklich immer diesen Fokus. Das geht mir auch immer so. Wenn du Spielfilmst und die kommen dann. Hey Ralf, grüß dich. Hau dir noch einen auf die Schulter. Ey, du kannst dich nicht rumdrehen. Du kannst Hallo sagen. Du musst auf dem Ding drauf bleiben. Also das war definitiv Germania Borussia. Bleibt hängen. Super. Absolut. Das 11-6 von Unterflockenbach. Werf ich jetzt noch mal in den Raum? Ja. Das war ja erst vor einer Woche. Achso, übrigens. Da war wieder der ab und an bekannte Torgranatefluch zugegen. 18 Spiele, 16 gewonnen, 2 verloren. Dann haben wir den Bericht gemacht. Und was haben wir am Wochenende gespielt? 1-3 gegen Darmstadt verloren. 1-3 gegen Darmstadt verloren. Vielleicht weil ein Petrud-Wort war. Weiß ich nicht. Also ich hab ganz kurz gestern. Petrud hat mir Bilder aus Unterflockenbach geschickt. Und Tag vorher war er bei Ehlensee 2. Und ich soll schöne Grüße von Tim Mulfinger ausrichten an die Torgranate-Redaktion. Das mach ich jetzt hiermit. Also wenn man wirklich nicht mehr weiß, wo man an welchen Sportplatz man gehen soll. Nehmt Kontakt zum Petro A. Der findet immer was. Der findet immer was. Das stimmt. Das stimmt. So, machen wir nochmal eine Kategorie, die vielleicht nicht ganz so schön ist. Und bei der ich mich mal enthalten möchte. Es geht um die unschöne oder unschöne Personalien des Jahres. Jürgen Kraft, Jake. Ja, definitiv. Also das wäre so mein spontan. Ja. Weil ich es einfach absolut bedauerlich finde, wie das gelaufen ist. Wie das gelaufen ist. Ja. Ein weißer Mann hat mal gesagt, als Trainer bist du immer fünf Spiele vor deiner Entlassung. Weil wenn du fünfmal verlierst, beim Jürgen waren sechs. Wenn du fünfmal verlierst, ist egal, Brot. So. Aber das hätte ich mir... Art und Weise war nicht schön. Die Art und Weise. Das hat alles irgendwie nicht zusammengepasst. Man hörte da, dass die Mannschaft eigentlich total hinter dem Trainer steht. Und ja, das hat so ein bisschen Geschmäckle hinterlassen nach Sona-Saison. Romeo Andriasevic bei FT. Genau das gleiche. Ja, man kann sich nach neuneinhalb Jahren trennen. Aber auch da die Art und Weise. Ich finde es schlecht, wenn da die Nachfolger schon parat stehen. Das war nicht gut gelöst. Finde ich genauso. Unschön. Ja. Ja. Unschön war auch, muss man einfach sagen, die zwei Trennungen bei der Barockstadt. Dennis Müller und Dominik Rummel. Beide haben einen erheblichen Anteil daran, dass die Mannschaft da spielt, wo sie jetzt spielt in der Regionalliga. Weil die haben nämlich einiges dazu beigetragen. Und da fand ich auch im Nachhinein, wie der Dennis Müller da nicht mehr zum Zug kam. Ich benutze jetzt kein anderes Wort. Und auch jetzt die Trennung von Dominik Rummel finde ich nicht in Ordnung, wie es gelaufen ist. Und wir kennen ja auch ein paar intern. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts wissen. Und das finde ich beide Male fand ich nicht gut. Das muss man auch mal sagen. Nehmen wir so mit. Ne? Und schließen die Kategorie ab. Und blicken nochmal ganz kurz auf das neue Jahr voraus. Da könnten wir glaube ich nochmal jetzt eine halbe Stunde philosophieren, was da passiert. Aber von euch kurze Tipps. In welchen Ligen oder in welcher Liga findet das heißeste Meisterrennen statt? In der Gruppenliga. Weil ja keiner so richtig, richtig ran will. So. In der Kreis-Oberliga-Node wird sich ja einer von den beiden irgendwann absetzen. In der Kreis-Oberliga-Mitte steht im Meisterfest. In der Kreis-Oberliga-Süde. Das bin ich mir noch nicht so sicher. In der Kreis-Oberliga-Süde. Also du musst erst mal rauskommen. Lass mich jetzt mal zu Ende gehen. Lass mich jetzt mal zu Ende gehen. Nein! In der Karo in Süd, auch wenn du es nicht hören willst, wird Lütter auch schon Lappen-Meister. Nein! Auch das stimmt nicht. Auch da geht es. Lütter-Hosen fällt auch Rückers noch. Nein! Das wollen wir hier mal eine kleine Wette machen. Also Gruppenliga wird das Meisterrennen ähnlich spannend wie letztes Jahr das Abstiegsrennen. In der Gruppenliga? Ja. Ja, wenn der jetzt so, dann lieber Tuna. Herzlichen Glückwunsch. Ob es dann zum Aufstieg reicht, das weiß man nicht. Das stimmt. Dann machen wir uns an. Wer steigt denn auf? Boah. Ich enthalte mich. Ich sag Freien Steiner. Ja. Die sind jetzt halt die kompakteste Mannschaft. Personalprobleme überwunden, die sie hatten. Es ist ja immer nach so einer Relegation schwierig wieder reinzukommen. Ja. Also ich könnte mir das vorstellen. Ja. Hast du noch einen Vorschlag für das heißeste Meisterrennen? Ja. Also ich bleib da dabei. In der KOL-Mitte wird es heiß. Also da sehe ich Sickles, Borussia, Hofbiber. Das kommt drauf an. Hofbiber muss gut aus den Löchern kommen. Also die haben schon auch trotz des Vorsprungs ein bisschen Druck. Und das gleiche sehe ich am Süden. Lütter, Rosenfeld, Rückers. Das sehe ich noch lange entgelaufen. Also da sehe ich spannende Rennen vor uns. Gut. Und jetzt komme ich nochmal mit einer Liga, mit der ihr nicht rechnet. Die A-Liga Herstel und Rodenburg. Okay. Okay. Dann nehme ich zur Winterpause. Drei Mannschaften mit 40 Punkten ganz oben. Kornbeck-Rockensüß, Heinebar-Rosobach und Rodenburg-Lispenhausen. Alle 40 Punkte. Da sage ich, da fliegen noch die Fetzen. Auch wenn man da ab und an den Blick so ein bisschen vernachlässigt. Ich gehe davon aus, dass Rodenburg wieder Relegation spielt. Da fahre ich so alle paar Jahre gerne zur Relegation hin. Schöne Grüße, Steffen Kamm-Gieser. Freue ich mich immer, wenn ich da auf der alten Holztribüne sitze. Das sage ich ja dieses Jahr auch schon mal. Star des Monats mit Kuiti Mustafi. Und ich fahre dann sicherlich zur Relegation wieder mal hin nach Rodenburg. Gut. Genug Geschwärtsführung. Das Wort zum Montag. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch da draußen. Wie gesagt, das war der letzte Tanz des Jahres. Der letzte Granate Talk bei Fronius. Und wir verabschieden euch in die Winterpause. Wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage. Und wir sehen uns dann im kommenden Jahr wieder. Und Herr Lau. Ach Herr Lau, genau. Und einfach mal ein herzliches Dankeschön an euch da draußen. Weil ohne euch funktioniert das, was wir machen, nicht. Das stimmt. Und andersrum gilt es natürlich genauso. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Wenn ihr uns Feedback gebt. Wenn ihr uns ein Like dalasst. Wenn ihr bei YouTube kommentiert. Wenn ihr bei Instagram schreibt. Johannes. Junge. Junge, Junge, Junge. Mach jetzt einen Cut, Tobi. Ende. Mach dicht. Junge. 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 Bis zum nächsten Mal.